Grüezi miteinander! So ziemlich alle Schweizer kennen den Namen Anna Göldi, die letzte hingerichtete Hexe der Schweiz oder wahlweise die letzte Hexe Europas. Nur wer annimmt, diese Geschichte wirklich zu kennen von der Frau, die 1782 in Klarus enthauptet wurde, den bitte ich, dran zu bleiben, denn dich erwartet nicht weniger als die völlige Umwälzung einer Erzählung, die recht offensichtlich falsch ist. Aber ganz grundsätzlich, die Verfolgung von Hexen und Hexern in Europa ist eines unserer dunkelsten Kapitel. Zwischen dem 15. und 18. Jahrhundert wurden zwischen 30. und 60.000 Menschen verbrannt, überwiegend Frauen. Und so sehr ich mir wünschte, dass es anders wäre, aber auch in der Verfolgung und Ermordung von Hexen war der deutschsprachige Raum inklusive der Schweiz trauriger Spitzenreiter. Es ist also kein Zufall, dass der Hexenhammer von einem Deutschen, Heinrich Kramer, verfasst wurde. Wohl eines der verheerendsten Schriftstücke der europäischen Geschichte. Eine Art Leitfaden für Hexenjäger, wie man sie erkennen und verfolgen kann. Wer einmal einen Blick in dieses bizarre Buch werfen möchte, für den habe ich in der Videobeschreibung eine kostenlose Vollversion verlinkt. Es lohnt sich auf jeden Fall, denn ihr werdet selten befremdlicheres Lesen als das. Zurück aber zu Anna Göldi. Erst einmal die kurze Geschichte von Anna Göldi, wie sie die meisten Schweizer kennen. Sie war einem Markt und bei verschiedenen Dienstherren im heutigen Klarus angestellt. Das Kantonswappen von Klarus ist übrigens das einzige Kantonswappen, das einen Menschen darstellt, so ganz nebenbei. Das Haus in Mollis, in dem sie von 1768 bis 1774 arbeitete, steht übrigens noch heute. Ab 1780 diente sie im Haus von Johann Jakob Tschudi, einem Arzt, Richter und Ratsherren, und die Familie Tschudi war eine der einflussreichsten Familien in der gesamten Region. Im Oktober 1781 fand man in der Milch der achtjährigen Tochter Anna Nadeln. Und kurz darauf begann das Mätren, dutzende Nadeln zu erbrechen und unter starken Krämpfen zu leiden. Anna Göldi wurde, nachdem man die Nadeln in der Milch entdeckte, entlassen, verhaftet und unter grausamsten Foltermethoden gestand sie die Tat. Und obwohl es Anna Göldi selbst war, die dem Kind mit einigen Körpergriffen zur Genesung half, wurde sie am 6. Juni 1782 als Vergifterin verurteilt und wenige Tage danach durch das Schwert hingerichtet. Und seither gilt dieser Hexenprozess als der letzte Europas, zumindest als der letzte, der zu einer Hinrichtung führte. Nur an dieser ganzen Geschichte sind gleich mehrere Dinge merkwürdig. Der Straftatbestand der Hexerei ist im Klarner Strafrecht bereits 1698, also über 80 Jahre vor Göldis Tod, völlig verschwunden. Aus den Protokollauszügen wird ebenfalls nirgends ersichtlich, dass Anna Göldi wegen Hexerei überführt werden sollte. Der einzige Bezug zur Hexerei stammt von Göldi selbst. Sie gestand unter der grausamen Folter, ohne danach gefragt zu werden, mit dem Teufel einen Pakt geschlossen zu haben. Solche Geständnisse gab es aber andernorts ebenfalls auch ungefragt und sind schlicht damit zu erklären, dass man unter Folter alles gesteht, nur damit diese Tortur endlich aufhört. Die Untersuchungsbehörde selbst hielt dieses Geständnis übrigens für nicht glaubhaft und elf Jahre vor der Verurteilung Anna Göldis ließ das Klarner Gericht eine Frau wieder laufen, da, Zitat, die Furcht vor Hexen, bei denen zu erleuchteten Zeiten auch bei den Einfältigsten verschwunden sei. Und genau dieses Gericht, das den Straftatbestand der Hexerei seit über 80 Jahren nicht mehr kannte, einen Pakt mit dem Teufel als nicht glaubwürdig bezeichnete und Frauen wieder laufen ließ, da die Furcht vor den Hexen verschwunden sei. Dieses Gericht soll nach alledem Anna Göldi als Hexe hinrichten lassen, die Nadeln in die Milch eines Kindes zauberte. Das wäre doch vollkommen unlogisch. Auch im Steckbrief, mit dem Anna Göldi in der NZZ gesucht wurde, ist nirgends von Hexerei oder Ähnlichem die Rede. Bevor wir zu den vermutlich wahren Hintergründen kommen, stellt nun so manch einer berechtigt die Frage, wie es denn überhaupt sein konnte, dass dieser Prozess als Hexenprozess in ganz Europa für Empörung sorgte. Das liegt an den zwei deutschen Journalisten Weckerlin und Lehmann, zwei Radikalaufklärern und Zynikern, die die Erzählung des Hexenprozesses direkt nach der Hinrichtung nach Europa hinausgetragen haben. Und diese Erzählung gab journalistisch eine gute Geschichte ab. Warum hat dem niemand widersprochen? Das geschah ja auch. 1783 erschien in Basel eine Richtigstellung, die der Erzählung des Hexenprozesses vehement widersprach. Es nützte nur nichts mehr. Die Geschichte hat sich verselbstständigt und die Erzählung des Prozesses von Anna Göldi als Hexenprozess hat sich bis heute gehalten. Neben all diesen Logikfehlern wurde Anna Göldi auch nicht wie eine Hexe verbrannt, sondern enthauptet. Übrigens, das nachempfundene Richtschwert kann im Anna Göldi-Museum bestaunt werden. Ein gutes Richtschwert kostete damals verhältnismäßig ungefähr so viel wie heute eine deutsche Luxuskarosse. Deswegen wurde der Beruf des Scharfrichters oft an die eigenen Kinder weitergegeben, dass sich kaum jemand die Ergreifung dieses Amtes leisten konnte. Was steckte also hinter diesem Prozess? Ein Justizmord. Und das ist gesichert. Könnt ihr euch noch an das Haus des ehemaligen Dienstherrn von Göldi erinnern, Dr. Zwicki? Der Sohn Melchior Zwicki schwängerte Anna Göldi, die damit bereits ihr zweites Kind gebar. Ihr erstes ist direkt nach der Geburt gestorben, was sie eine Verurteilung als Kindsmörderin einhandelte. Was mit dem zweiten Kind von Zwicki geschehen ist, ist bis heute ungeklärt. Sie war also eine begehrenswerte Frau, die selbst einen elf Jahre jüngeren Mann, mit dem eine Heirat aufgrund ihrer verschiedenen Stände unmöglich war, für sich gewinnen konnte. Und so war es wohl auch mit Johann Jakob Tschudi, ihrem letzten Dienstherrn. Sie hatte ein Verhältnis mit ihm, war womöglich sogar schwanger und Tschudi, der zur Glarner Elite gehörte und der ruiniert gewesen wäre, Hätte man ihn des Ehebruchs schuldig gesprochen, wollte so schnell wie möglich das Problem Göldi beseitigen. Was spricht für diese These? Erst einmal die Tatsache, dass die achtjährige Tochter von Tschudi, ihr wisst noch, die die Nadeln erbrochen hat, durch Göldi selbst wieder geheilt wurde. Das spielte aber keine Rolle. Und folgender Umstand ist doch ebenso interessant. Göldi stammte aus Senwald, heute im Kanton St. Gallen gelegen. Das evangelische Gericht, das die Hinrichtung Göldis beschloss, war gar nicht zuständig. Ein Gemeiner Rat, in dem die Sitze paritätisch zwischen Protestanten und Katholiken aufgeteilt wird, wäre in diesem Fall zuständig gewesen, eben weil Göldi von ausserhalb stammte. Das aber wurde verhindert. Irgendjemand hatte also grosses Interesse daran, dass der Fall um Göldi unverzüglich behandelt und abgeschlossen wird. Und was war mit dem Mitangeklagten? Ja, richtig gehört. Im Fall Anna Göldi gab es einen Mitangeklagten, dessen Name vermutlich nur die allerwenigsten kennen. Rudi Steinmüller. Ein guter und rechtschaffender Freund Göldis. Offiziell war er mitangeklagt, da die Erkrankung der Tochter erst nach der Entlassung Göldis wirklich schlimm geworden ist und sie einen Gehilfen gebraucht hätte. Viel naheliegender wäre die Erklärung, dass Steinmüller ein guter Freund Göldis war und deshalb vermutlich vom Verhältnis zwischen ihr und ihrem Dienstherrn wusste. Egal was es war, eine Aussage von ihm gibt es nicht, denn er hat sich während der Untersuchungshaft das Leben genommen. Damit lässt sich auch erklären, warum diese Erzählung nie Rudi Steinmüller erwähnt. Einfach weil das der Erzählung des Hexenprozesses abträglich wäre, wenn da plötzlich noch ein Mann mit dabei wäre. Der einzige Aspekt, der auf einen Hexenprozess schliessen lässt, ist das unter Folter zustande gekommene Teufelsgeständnis von Göldi. Solche Geständnisse gab es aber schon vorher. Sonst gibt es nichts, was auf einen Hexenprozess hinweist. Das war auch kein Hexenprozess, das war ein Justizmord. Der einflussreiche Judy musste seine Affäre, die vielleicht sogar schwanger war, möglichst rasch verschwinden lassen. Und zwei deutsche Journalisten wittern eine Geschichte. Das erklärt auch, weshalb der Mitangeklagte Rudolf Steinmüller nie gross ein Thema war. Er stand der Hexenerzählung im Weg. Und schon damals, eben in Basel 1783, erschienen Richtigstellungen. Nur war es zu dem Zeitpunkt bereits zu spät. Im Fall von Anna Göldi sprichten nichts für einen Hexenprozess. Das war ein Justizmord. Soll man deswegen das Anna Göldi Museum schliessen und ihren Namen vergessen? Nein, im Gegenteil. Wenn wir beginnen, diesen Prozess nicht mehr als Hexentribunal zu verklären und beginnen, die weltlichen Absichten dahinter zu verstehen, macht das die Hinrichtung Anna Göldis um keinen Deut besser. Ja, eher noch schlimmer. Die damalige Männergesellschaft fällte ihr Urteil nicht im wirren Aberglauben an Hexen, sondern im vollen Bewusstsein ihrer Macht. Gesteuert und getrieben vom einflussreichen Oberhaupt der Judy-Familie, der keine Hexe hinrichten, sondern eine Affäre, womöglich eine Schwangerschaft, samt Mitwissern verschwinden lassen wollte. Merci fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Zuhören und bis zum nächsten Mal.